Musik So liebe Sportsfreunde, das Couch Potato Dasein hat endlich ein Ende. 16 Tage Olympia sind nun vorbei. Gestern die Abschlussfeier, eine Riesenparty anscheinend gewesen. Was heißt das für mich? Ich würde sagen, das Grübeln in den Bad hinein hat endlich ein Ende. Ich werde es in der Hand nehmen, einen guten Rasierschaum und ich mache drei Klinge. Ja, in der Zeit, in den 16 Tagen war ich denke ich recht fleißig gewesen. Ich habe viel trainiert und gucke, ob das nächste Wochenende wohl in Witten die deutschen Meisterschaften starten werden. Ich werde mit dem Potsdamer Team am Start sein, diesmal nicht in der Bundesliga. Das soll uns jedenfalls nicht abhalten, irgendwelche Top-Platzierungen zu erkämpfen. Eine Woche später, am 25. August, fliegen wir dann nach Stockholm zum nächsten WM-Stop über die WM-Sprint-WM bzw. Staffel-WM. Interessantes Format, wird auch wieder im Fernsehen übertragen. ARD ZDF berichtet, wahrscheinlich sogar live. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und sage bis demnächst in dieser Gegend hier. Ciao. ARD ZDF berichtet, toddlerer ! Untertitelung des ZDF, 2020